Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Reiseberaterin. Wenn ihr könnt, macht mal kurz die Augen zu. Stellt euch vor, ihr begegnet tiefen, entspannten Gästen. Kein Lärm weit und breit, nur Meeresrauschen und Palmenrascheln. Und ihr genießt den Luxus, ganz ungestört durch fremde Blicke, die eigene Beachfront am puderweißen Strand zu ahlen. Ich verrate euch etwas, es gibt diesen Ort wirklich. Im ursprünglich gebliebenen Lamu-Atoll liegt das Six Senses Lamu. Hier erlebt ihr es noch, das ultimative Robinson-Coso-Feeling. Ach, schön, oder? Und wie klingt euer nächster Urlaub? Hört nicht auf zu träumen, schon bald wird aus Sehnsucht wieder pures Urlaubsglück. Ich freue mich auf euch, bis bald! 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 Wir sehen uns, bis bald!